Nein, das ist eine Aktion für Albanien. Ich habe geglaubt, nach dem Fliegen kommt nur mehr Albanien. Das war das Frühstück der Balou da. Auf den Champions, wie sie sich gehört. Der Werner hat gerade beschlossen, er wird eine Station machen. Der Balou ist aber schon angekommen. Mein Bruder bleibt sowieso da. Wir haben es geschafft. Wir sind in Italien angekommen, Albanien. Eine albanische Straßenszene. Schau mal, wie steinig das ist da drin. Ist auch was. Gehst du überhaupt nicht weiter? Scheucht es runter von der Straße. Rauchen wir aus. Macht es mir bitte. Figaretten. Wir sind an der Mündung angelangt. Wir sehen hier den Aos, bzw. den Biose in Albanien. Die Mündung des Trino in den Biose. Wir sitzen hier mitten in Albanien, in der Schlucht von Kelcire, bei einem Sturm. Ich habe schon viele Sturmnächte mitgemacht in Sardinien und auch beim Galbrunner. Aber das ist eine ganz, eine besonders harte. Und wir vermissen besonders unsere Kampfmannschaft. Ein Luis Trinker und sein Team. Und weißt du, auf dem Muchala ist Öhaar. Aber wenn ein Bär bist du, dann darfst du nicht stechen. Ja. Vermissen sind auch wieder aufgetaucht. Ein paar Sturmschäden gibt es. Zwei Zelte eingedrückt. Heute hatte ich eine Stetelschuhe und habe tanzt wie eine Lumpen am Stecker. Hallo, wie ist die Lage? Hast du auch Pluspunkte gesammelt gestern? Ohne Pluspunkte. Ich habe sogar tanzen müssen, aber dafür ist mein Gehgel heute. Die Masse starten mit einem Schluchbusch. scraber fünf von Solche und dort bleiben. Die Masse starten mit einem Schluchbusch. Die Masse starten mit einem Sitzung. Die Masse starten mit einem Fluchbusch. Die Masse starten mit dem Sieg. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt haben wir in Werni auch wieder. Ja, ausgeruht natürlich. Das ist ja nicht Handel. Wir kommen so eben vom Abwand. Ja, ausgeruht.